fantastisch dieses spiel ist einfach einfach liebe es muss die störung natürlich herausbekommen so geht es ab nach transylvanien und dann danach die reihenfolge weiter ich weiß schon wie weit wir heute kommen vielleicht schaffen wir uns ja doch schon durch werden wir sehen jetzt gehen auf nach transylvanien jetzt wird spooki packt eure tage, wir sind weg in transylvanien und wir kommen nicht mehr ohne die coin des verlassenen Räume ach ja das sind weg Ja der Platz, genau nachdem ist er nämlich, nach Platz dem Fehler, nachdem ist der gute Dracula geschehen Bansheer und mischievous Spirite sind einfach viel superstitioner Hocus Pocus Aber lieber mich zu nahe, nur in der Zeit Jetzt, ihr Freunde, bleib auf und schaue ein Blick auf die Webegale. Ich werde mit dem Träger zurück in kein Zeitpunkt Oh nuts, we want to come with you, Uncle Scrooge. Don't worry, I'll be back with the coin before you can say E-Purple-Bus-Hoo-Num. E-Purple-Bus-Hoo-Num? Yeah, I'm not sure that's as fast as you think it is. Besides, why should we have to stay here just because Webby's a big chicken? Yeah, we're not afraid of whatever's hiding out there, are we? You boys are so mean. I'll show you who's not afraid of the dark. Oh no, we're not afraid of the dark. Oh no, we're not afraid of the dark. Oh no, we're not afraid of the dark. Will they be all right, Uncle Scrooge? Of course, everything will be fine, my darling. Wait here and I'll be back with the lads lickety-split. I think we should go to the dark. Okay, it's over. Oh, Skeletts. Knochen trocken lässt grüßen. Aha, Jackpot! Wie war das nochmal mit dem... Mit Z war das. So einen Pogo-Stick benutzen. Ach ja, Pogo-Stick ist auch so ein Redektor aus der Vergangenheit. Das Spiel ist ja auch so ein Redektor aus der Vergangenheit. Das Spiel ist ja jetzt, dass das... Oh je, wo bin ich gelandet? Ja, ich hab die Steuerung noch drauf. Halbwegs. In den Münzen. In den Power-Münzen. Ich bin wieder hoch. Schade, ob ich die Münze verstehe. Stehen wir auf. Splitter mit Skeletten. Da sind wir da draußen. Können wir überhaupt irgendwie besiegen? Die Gäste und Skelette. So. Irgendwie das Ganze gerade ein bisschen... Castlevania-Style. Stil bekommen. Wir sammeln jeden Kristall ein. So wie wir dann können. Oh Gott. Wie schlimm aus. Oh nein. Und die Kristalle. Juppie in. Wie soll man alles ein Wasser können? Wie ist die Karte? Aha. Unten gibt es eine Münze. So. Wir sammeln alles ein, was wir können. Weil... Unser Dagobert. Okay. Scrooge McDuck. Der ist ja ein bisschen Geldgeil. Ein geiler Reichtum. Also holen wir uns den Reichtum. Okay. Diese Kiste, obwohl es nur ein Reichtum und Herzen ist. Oh nein, du bist noch ein Po-Stick durch. So in etwa. Oh nein. Die haben einen Tick gefangen. Oh nein. Ein Panzerknappherr im Kostüm. Sag ich doch. Es war ein Beagleboy im Kostüm. Ich versuchte mich zu meinem Schraub, nicht sicher. Aber es wird mehr als eine alte Bedeutung und Blutflug für den Scrooge McDuck. Schau, wie kann Scrooge, der Beagleboy etwas verabschiedet haben. Es ist ein Kostüm. Es ist ein Kostüm. Es ist ein Kostüm. Du meinst, wie ein Magik? Ja, Mann, zumindest ein Teil davon. Geh, ich wundere mich, wer ihn in Pizze gebrochen hat. Wir werden uns darüber nachdenken. Jetzt. Ich möchte, dass du nach vorne drücken und warte für mich. Ich werde zurück, wenn ich das Schraub gefunden habe. Auf geht's, Mann! Oha! Man bringt uns das Spiel hin. Ah, hier oben hin. Zurück können wir den nicht nehmen. Schade. Jetzt können wir die irgendwie besiegen. Und einfach mal ausweichen. Jetzt sieht gerade außerhalb des Schlosses, bekommt es hier starke Castlevania Vibes. Würde ich mal behaupten. Wobei wahrscheinlich Castlevania Vibes hat. Obwohl sie könnten, ich weiß nicht, was jetzt eh herausgekommen ist von beiden. Okay, da geht's hoch. Wir könnten jetzt noch die Gräber öffnen, aber... Da habe ich mir gedacht, einmal durch den Innenhof durch. Ach, wir springen gar nicht auf... Fällt mir jetzt erst auf, dass wir gar nicht auf einem Koglu-Stick springen, sondern auf unserem... auf dem Stock von... ...Darmenbergs. Wir gehen zu hoch. Und was haben wir hier? Und den nächsten... Nächsten Zwischendurchkampf. Nächster Panzerknacker. Und diesmal mit Geist. Echter Geist. Oh nein. Echter Geist. Oh nein. Echter Geist. Oh nein. Echter Geist. Oh nein. Oh nein. Okay, okay. You don't gotta be all touchy about it. See ya. Oh, that guy gives me the heebie-jeebies. He was starting to look at me like I was lunch. Well, next time he'll think twice before scrapping with Scrooge McDuck. Speaking of scraps, he dropped this up at Scrooge. Ah, it looks like another piece of that torn up sorcery. Uh, say what? A magic spell. And it's nearly complete. Just one piece left to find. If only I knew where to start from. Well, that bungleful could save his heart as an illusion wall. Uh, do you think he meant... Of course. A secret passage. Oh, no wonder I haven't so much trouble finding anything around here. Good lad. Now, off you go. I needed to wait at the entrance with the others. Well that's not the double. Do you believe me? Well that's not the way. Hey, have you seen the camera on this part? Hey, do you think that's not the way? Hey, let's do it. Oh my god. Oh, doesn't follow me yet. Oh my god. 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 turn my god. You don't go. Hier geht's lang. Mumia, die können aber siegen. Oha, der ist drin. Wenn wir nochmal auf die Kugel durchspringen, verschwinden sie auch noch. Das ist großartig. Hier geht's lang. Das ist ein Spiegel. Oh nein, wo bringt der uns hin? Ah, hier. Vielleicht nach oben. Kleine Abkürzung. Oh. Hm. Oh nein. Oh. Haha. Zu früh ausgesprungen. Hätte ich mich drücken müssen. Genau so. Oh nein. Oh verdammt. Ein bisschen Minen-Karts. Ducken. Hier oben. Oh no. Oh nein. Oh nein. Dann hast du geschafft. Das ist das letzte Kring. Letzte. Käpte. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich bin ein Spooky. Oh Gott, wir sind ein Wunderschön. Wie will ich das? Oh Gott, wir sind ein Wunderschön. Ich will den Kasten, bitte. Nicht so schwer ohne dein Armut, oder? Ja, ja, ja. Nur wenn die Gang in Sing Sing findest du, dass du nicht verletzt, By an old guy and his cane. Thank you, lad. Yeah? Well, you better be careful where you go poking around, McDuck, or you's gonna have much bigger problems than me. So long. Now, what do you suppose he meant by that? Ach, it doesn't matter. Quick, lad, see if there's a scrap of paper lying about. Uh, you mean like this one, Uncle Scrooge? Exactly. This is the last piece of the riddle. What do you do? That's what I'm about to find out. Quick, lad. Go meet Webby and the others at the entrance. And all of you. Stay put. Die werden niemals zurückbleiben. Die sind noch Abenteuer, aber ich komme sofort zurück. Da müssen wir lang. Oha. Minecraft Race. Oha. Das war eine knappe Sache. Oh no. Oh, verdammt. Das ist so dumm. Oh, kacke. Nicht aufgepasst. Oh, ja. Oh, ja. Ach, mein Oh. Ach, komm. So, jetzt hoch. Oha. 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 Oh, verdammt. Oha. Oha. Fliege, 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 Pistalle. Mine. Arubino Diamante ist das, glaube ich. Und Rute, ja. Oh, was machst du hier? Ist das du? Ist das sicherlich ist. Warum, einfach schau mal an all diese Kopfwebsen. Aber dieses Platz könnte eine Frauenskarte nutzen. Oh, danke dir, lieblich, dear. Sag den Jungs, um ein kassvolles Eindruck auf meine Webegale. Ich bin immer noch nicht... Aber eigentlich nicht mündig, aber... Ich nehme mir natürlich gerne. auch hier wieder nicht nötig gehandelt aber wenn wir die hier mit dem können wir nicht auch das können wir nicht kommen da dann die kisten und umbran hier sind wir da haben wir einen weg verpasst da kommen wir auch nicht durch was treiben die so dort hier ja beruhst du meinst na toll es ist leichter als es aussieht da ist noch was auf der seite ich will nicht schon wieder gerade fahren oh no die will spawnen einfach so n trick ich versuche mal hier zurück zu kommen jetzt haben wir die nicht schaffen so hier 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 Oh, komm. Oh, der Münster. besiegbarkeitsmünze ok gäste können wir nicht besiegen aber wenn wir sie durch verdammt da sind wir da verdammt und aber uns was gibt es hier oben eigentlich zu sehen da waren wir noch gar nicht nicht viel vervolle jetzt Mensch ja ja das 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 ja das ja das das Warum spazierende Skeletter? Das ist doch hier. Darüber wäre es selbst eigenes. Da drüben müssen wir irgendwie hinkommen zu dem Punkt, der verschlossen ist in der Kammer. Da müssen wir wahrscheinlich den magischen Spruch sprechen. Ich komme hier irgendwie hoch. Nein. Eine Träte des Zauberes. Achso, ja. Das ist richtig. Das tut dann jetzt aber wirklich... Schauen wir mal, wie wir da durchkommen. So wie hier nicht. Was hier nichts gibt. Oh. Doch, da gibt's was. Ach, hier sind wir. Befürchte, wir müssen da hin. Und dann lohnt den Spruch auch zu haben. Das heißt, die erstmal runter. So. Jetzt können wir den... Jetzt können wir den Kopf benutzen. Um nichts zu schießen. Nichts da. Jetzt bin ich wel, nie. Jetzt können wir den Kopf benutzen. Es ist wichtig. Dann schauen wir mal hanzt serum. Die Nach Lazen equip怎样 zu haben. Du brauchst mit dem k villains. Verdammt. Die Delt nur schießen können. Oder auch nichts. Oh, ein großer Zauberspiegel. Schau auf das. Ein Teil des Spell betrifft die Inskripte an diesem Schiff. Schau auf die Ducks. Ich habe ein bisschen... Welchen Schiff, Uncle Scrooge? Ich dachte, ich habe gesagt, ich habe dir mit Webby zu bleiben. Sie bleiben mit mir, Uncle Scrooge. Ich bin gerade hier. Oh, was ein schönes Schiff. Hey, lass. Und wenn ich richtig bin, die Verwaltung dieses Spell wird den schweizigen Verwaltung hinter all diesen Schenanigans. Marli, Sörberein. Dann sind wir auch gleich. Bye. Magikai des Spell. Ach, ich sollte es wissen, dass du hinter uns wärst. Oh, Scrooge, mein altes Freund. Du wirst nicht glauben, wie viel Spaß es ist, zu sehen, dich rumzieren, zu machen, sich selbst schrecklich. Was? Oh, du glaubst wirklich nicht, du brauchst die Insekten Sorgenheit für die Koffer des Liedes, hast du? Nein. Ich hatte Beagle-Boys hidepapieres, für dich aus der Straße. Warum, du sneaky, konnivin. Bitte. Sprechen die Koffer für die Garden Party. Was Garden Party? Die, die ich in der Gumpelzeize, wenn ich nach Hause komme mit Lost Coin. So lange, fools! Sieh, 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 sieh. Sieh, sieh, sieh. Sieh, sieh, sieh. Sieh, sieh. Sieh, sieh. Sieh, Sieh, sieh. Ich werde sie hier abholen. Ich werde sie ein Stück von meinem Geist machen. Bis zum nächsten Mal.